Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, ein herzliches Grüß Gott hier in der Herzog-Wilhelm-Straße 15 im Herzen von München. Neben mir lauter Glasblasen, Maschinen, Schläuche. Was hat das hier zu suchen? Vor unserer Haustür, da ist der Herzog-Wilhelm-Park und eigentlich ist im Herzog-Wilhelm-Park, beziehungsweise jetzt noch unter der Erde, ein Stadtbach. Und den wollen wir raufholen, den wollen wir sichtbar machen und das soll die Glasblase, der Schlauch, die Maschine hinter mir versinnbildlichen. Der Bezug zu unserem Haus, der ist ein ganz einfacher, nämlich das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. Im Rahmen der Plattform versuchen wir, Künstlerinnen und Künstler zu qualifizieren. Zu Kuratoren, ja, und zu auch Werkschaffenden, die damit ihr Geld verdienen können, zu echten Künstleragenten. Und das macht die Plattform. Unser Projekt hier im Hause des Referats für Arbeit und Wirtschaft im Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. Kommen Sie vorbei, Sie können nämlich auch nicht nur sehen, sondern Sie können auch machen. Und zwar ganz Covid-sicher. Von draußen, da müssen Sie nur mit dem Handy, mit einer Lampe reinleuchten und dann werden Sie sehen, was jetzt noch hinter mir verborgen ist, nämlich Interaktion. Sie bringen das Wasser im Stadtbach zum Fließen. Ich lade Sie herzlich ein, kommen Sie vorbei in die Herzog-Wilhelm-Straße 15, schauen Sie ins Schaufenster rein und genießen Sie Portmanteau, ein Künstler-Duo, wenn man das so sagen darf, die diese Installation hier gemacht haben. Christian Heiß, Gerald Schrank, herzlichen Dank für die Installation und dem Team von der Plattform für den Videodreh und für die Arbeit. Kommen Sie vorbei, Sie sind herzlich willkommen. Kommen Sie vorbei, Sie sind herzlich willkommen.